Komm schon, du schaffst das, was ist denn los hier? Ich glaube, ich habe hier irgendwas verpasst. Nee, da kann ich nicht hoch springen. Irgendwie muss ich hier auf jeden Fall ziehen, ich weiß bloß nicht wie. Nee, da kann ich nicht hoch springen. Komm, das ist jetzt mal hier oben. Hier irgendein Trick. Oh, look at him. So, kann ich jetzt den Fels irgendwie da drüber? Komm schon, das wirst du ja wohl irgendwie schaffen, ey. Ey, was ist denn das für die Twicke-Stelle immer wieder? Kann ich hier irgendwie da drüber ziehen dann? Pass auf. Okay. Das war's. Ich muss dir wohl irgendeinen Trick geben, verdammte Axt. Na komm, und, jawoll. Nein, nicht jetzt erst auf... Okay. 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 Nee, ich brauche nämlich den Stein, fuck. Auf jeden Fall den Stein. So. Oh, okay. Nein, nein, alles klar, ich brauche mal wieder Hilfe. Oder muss ich einfach nur... Nein, nicht schon wieder verrecken, meine Fresse, ey. Oder muss ich einfach... Pass auf. Ich muss vielleicht das Ding irgendwie... Ich darf vielleicht irgendwas machen? Ja, das bringt ja auch nichts. Okay. 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 So. Okay. Also muss ich erst mit den Insekten loswerden. Nein, es geht doch schon wieder. Ich wollte schon sagen, jetzt geht's los, ey. Wow. Oh. Alter, was für das? Okay. 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 Toll, jetzt ist er eigentlich hier fest. Alles klar. Alles klar. Jetzt habe ich zu wenig Faden oder was, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt häng ich schon wieder hier fest Das ist doch ein Witz Komm, 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 komm Und Ich muss es erstmal locker machen Ich muss es erstmal Alles klar. Ah, ich verstehe. Alles klar, den haben wir auch. Kommt runter. Lol. So, jetzt ist die Frage, irgendetwas? Kann man doch jetzt bestimmt wieder machen hier. Nur was? Wie komme ich jetzt von da oben? Oder komme ich da von da hinten irgendwie drüber? Nein, 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 nein. Uff. Jetzt müsste ich aber da oben den Knoten entfernen. Ne, auch nicht. Irgendetwas muss ich da jetzt machen. Okay, und jetzt? Jetzt bin ich hier. Ne, das war falsch. Dann brauche ich das hier für irgendwas anderes. Ah, das ist lächerlich eh. Dann brauche ich wieder nicht weiter, weißt du? Dann brauche ich das hier. Eigentlich müsste doch, wenn ich hier einen Knoten mache und da oben einen Knoten, müsste doch so ein komisches Sprungseil kommen. So, genau. Und jetzt habe ich hier, ach genau, siehste. Genau das habe ich gesucht. Ob er gerade so leck mich hätt. Nein, steck hoch, steck hoch, steck hoch, jawoll. Oh, ein fetter Elsch. Oh, wie geil. Der hat mich gerettet. Danke, Mr. Elsch. Oh, wie geil. Der hat mich echt gerettet. Moment. Das zieh mir jetzt erst mal mit. Ich habe mich so wohl gefühlt, dass ich da mit da hinten hoch kann. Wo das irgendein Geheimnis ist. Oh, doch nicht. Doch, au. Wow. Moment, hier für's Knoten. Da für's Knoten. Sehr gut. Weiter geht's. Oh, ich kann's nicht mitziehen. Ah, wegen dem Knoten. Alles klar, da haben wir auch wieder so'n Knubbel. Da unten hätten wir auch eines. Das ist die Frage, wie komme ich da hin. Ich hole mir jetzt erst mal einen Knubbel. Nein. Das ist echt schon schwerer. Ich merke schon. Da kommt bestimmt hier irgendwo einspannen. Da kommt bestimmt hier irgendwo einspannen. Und ich halte mal ein. Aber. Also halte ich das nicht. Bis zumal. Anyway.